Hallo, herzlich willkommen. DATOS stellt vor. Heute begrüße ich Sie aus einer Doppelhaushälfte vom Westerberg in dem beliebten Musikantenviertel. So, wir befinden uns im Haus. Das Haus wurde 1927 gebaut und wurde 2006 komplett modernisiert. Wir haben 156 Quadratmeter Wohnfläche über zwei Etagen und haben noch zusätzlich einen Vollkeller mit Garage und ein ausgebautes Dachgeschoss. Die Doppelhaushälfte steht auf einem Grundstück von 600 Quadratmetern mit einem sehr schön pflegeleichten Garten. Zusätzlich zu der Terrasse am Haus haben wir noch eine weitere Terrasse hinten auf dem Grundstück, eine Sonnenterrasse, wo Sie wunderschön den Abend genießen können mit der letzten Abendsonne. Hier befinden wir uns im Wohn- und Essbereich, ausgestattet mit einem Kaminofen. Ausgestattet sind die ganzen Räume auf den Etagen mit hochwertigem Echtholzparkett, was natürlich ein wunderschönes Ambiente schafft. Durch Schiebetüren kommen Sie in die weiteren Räume, die Sie hier auch nochmal als Wohnbereich, Arbeitszimmer oder Musikzimmer nutzen können. Auf jeder Etage befindet sich ein Bad und jetzt gehen wir einfach mal nach oben. Hier befinden wir uns in meinem persönlichen Highlight. Das Dachgeschoss wurde hier 2011 nochmal ausgebaut. Hier haben wir nochmal 40 Quadratmeter Nutzflächen Wohnqualität. Ja, nun sind wir schon am Ende. Sie haben einen kleinen Einblick bekommen von dieser tollen Immobilie. Gerne zeige ich Ihnen die auch nochmal in einem persönlichen Termin. Und hier ist nochmal ein weiteres Highlight dieser tolle Blick auf die Stadt Osnabrück. Wenn es Ihnen gefallen hat, rufen Sie mich gerne an oder schreiben mir eine E-Mail. Und hier ist sicher, dass wir F HIV-Signal haben. Vielen Dank. Jetzt są keine Aus 중요한 하나.